Im Restaurant Café Hirsch können Sie sich zurücklehnen und unsere gutbürgerliche Küche genießen. Bei uns in Besigham bei Ludwigsburg finden sowohl Einheimische als auch Touristen immer einen Platz. Wir verwöhnen Sie gerne mit unseren schmackhaften Köstlichkeiten der schwäbischen Küche. Egal ob mit leckeren Spätzle, unseren hausgemachten Maultaschen, dem allseits beliebten Rostbraten oder mit unseren kleinen Leckerbissen, wir möchten Sie begeistern. Alle unsere Gerichte werden mit viel Liebe und saisonalen Zutaten immer frisch für Sie zubereitet. Im Restaurant Hirsch bieten wir Ihnen durchgehend warme Küche. Wir stehen für Qualität, Tradition und schwäbische Gastlichkeit. Gerne richten wir auch Ihre Feier bei uns aus oder verwöhnen Sie in Ihren Räumlichkeiten mit unserem Catering. Überzeugen Sie sich selbst! Einfach schwäbisch, einfach gut! Wir freuen uns auf Sie!